Was geht ab, Leute? Willkommen auf einem neuen iPhone-Vlog. Ich hab das Gefühl, so einen habe ich schon länger nicht mehr gemacht. Schreibt in die Kommentare, ob ich wieder mehr iPhone-Vlogs machen soll. Was steht heute an? Der liebe Luca, aka Soulie, hat mich gefragt, ob ich in seinem Musikvideo sein will. Er braucht ein paar coole Leute, die so im Hintergrund ein bisschen rumswaggen, checkst du. Und weil ich so ein crazy cooler Dude bin, hat er natürlich an mich gedacht. Da habe ich nicht zweimal drüber nachgedacht. Genau, die holen mich jetzt gleich ab, dann fahren wir raus. Ich habe mein Outfit ready. Es ist viel zu heiß für dieses Outfit, aber es wird schon, es wird schon. Ich freue mich, es wird geil. Like, Komi, Abo, ihr wisst Bescheid, crazy shit, Komi. Was sagen wir zu dem Outfit? Clean, oder? Schau mal, diese Weste kann man auch so aufmachen. Soll ich sie offen lassen? Was meint ihr, was findet ihr cooler? Ich sag halt so, es hat gerade, glaube ich, 30 Grad oder so. Und das ist dickste Lederhose, Bro. Also meine Eier schwitzen jetzt schon behindert. Ja! Alles klar? Da, Klinger. Hi. Das ist der Klinger. Gut, siehst du aus noch. Danke, danke. Niklas, wir sind in 30 Sekunden da. Okay, ich bin auch so gut wie fertig. Was geht, lieber? Was geht, alles klar? Bei dir? Auch, als bestens. Was geht, Digga? Hallo, na? Genau, oder? Geil. Tschüss. Wenn wir da hinfahren können, wäre perfekt. Kurz Klamotten abholen, oder? Alles klar, es geht. Sind die Sachen schon ready für dich, oder suchst du die jetzt aus? Nee, wir haben schon bestellt. Buongiorno. Wie ist es? Gut, selber? Von Gauke. Ja, und klar. Ihr wollt Sachen, oder? Ja, genau. Sie sind brazy. Hallo. Ich bin brazy. 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 Wenn man mal frei ist, ob man frei ist. Ich bin brazy. Ich meine, wir haben alle Gurken. Ich glaube das einzige Schicht da ist, ist der Rudi. Aber das ist ein. Bombe. Sieht stark aus, Bro. Hast du? Hast du ausgesucht? Ja. So eine kleine Mixweite und da haben wir ein paar Sachen da auf jeden Fall. Ich habe später noch was Fragen. Ach du hast die Jacke sogar, die hier. Ja, ja. Ja, lass einen Fitcheck drin oder auch, oder? Für TikTok. Können wir machen, Digga. Ja, ich war schon lange nicht mehr hier. Ich muss sagen, es sind schon krasse Sachen hier so. Diese KitKat. Mäßig, Digga. Mäßig. BDSM-Drip. GmbH. Die auch, Digga. Aber, ja man. Boah, die kann auch was, Digga. Hier ist so preislich ein Segment. Die sind mit Champs, Digga. Die ist geil, Digga. Ja, Mann. Die ist echt stark. Gut zu wissen, dass die hier so crazy Shit haben, Digga. Irgendwann Inshallah Shopping-Vlog. Inshallah Shopping-Vlog. Ja. Muss kommen, Digga. Fleck drauf machen. Danke. Viel Spaß euch. Danke. Ciao, ciao. Schönen Tag euch. Der Drip ist secured. Wir sind jetzt bei der Location angekommen. Ist cool hier. 1 zu 1. Witzigerweise auch das Tape kaputt ist. Das Tape-Ding. Also bei dir geht so gar nichts mehr. Du darfst das Kabel nicht ganz reinstecken. Deswegen musst du dir so einen Spacer 3D printen. Die finde ich auch geil. Weil dann könnte einer von uns irgendwie so auf dem Geländer noch chillen und so. Man hat ein bisschen Space. Ja, ist gut. Ist ein guter Spot. Da kann man so einfach genau hier so vorstehen, oder? Die ganze Kamera hat richtig gelitten. Sieht geil aus. Ja, die ist auch. Die ist zwei. Ich hab die hier mal mitgenommen. Die ist ganz geil mit diesem Fisch. Gott der fuck. Wie geil, Digga. Kann ich auch mal? Ja man, das ist ein krank. Da mit dem Portrait ist hart. Vollformat. Vollformat. Ah ja, man sieht sogar ein bisschen. Auch heavy, ne? Die Granate, Alter. Das hier ist die Rick Hose, oder? Ja. Weißt du, wie ich meine? Ich stell die einfach so hoch. Ja, stell die hin. Ich hab Rick mitgebracht. Kennst du den Hobby Rick? Kennst du den Hobby Rick? Nee, Bro. Wow. Ja, ansonsten, ich hab aber auch selber noch kurze Lederhose dabei, Digga. Aber die ist nicht Rick. Aber die ist nicht Rick. Aber die ist nicht Rick. Ja. Es wusste ich immer Rick ein. Ich wusste nicht. Achso, guck mal, das ist auch noch ein Shirt, was ich da habe. Das ist ein cooles Shirt. Tatsächlich an sich auch eigentlich für hier ganz krass. Wenn einer einfach diese Shirt an hätte, wären alle so schwarz-weiß-Prono. 540 Euro für ein White Team. 540 Euro für ein White Team. Ja. Stinkt normal im Film. Auch mir kommt kein Fleck drauf, sag ich. Ne? Wollen wir ein bisschen Bolo essen? Ja, mit den Schuhen sieht es jetzt schon wieder härter aus. Genau. So sieht es hart aus eigentlich. So muss man sein. Ich darf nicht so laufen. Ich darf nicht so laufen. Ja. So sieht man nicht, dass die Hose zu klein ist. Eierbaumeln. Okay, schaut mal den Wagen an, den die gemietet haben für den Shirt. Sieht richtig crazy aus. Einfach so ein alter BMW. Ich glaube, das ist ein E30. Bin mir nicht sicher. Alles klar? Was ist hier los? Was ist das für Klopft hier? Du hast auch so einen Wohlsang hier. Wie finden Sie mein Outfit? Du brauchst nicht sie sagen. Wie findest du mein Outfit? Ich muss erst mal gucken, was hier los geht. Damit ich weiß. Zufrieden? Ey wunderbar. Crazy, Digga. Was ne Whip. Fifty Fifty Chance, dass da Scheiße drin ist. Ja. Ach nö, Digga. Ach nö, Digga. Digga, das Ding ist so clean. So, Salz ist nicht drin. So weniger Salz ist, schon diagonal, aber weiter hier. Was ist das denn an der Wand? Die Duki Hosen. Ist das Scheiß drin? Da ist nur Wurst drin, Digga. Digga, da ist einfach ne Scheißwurst drin. Boah, Digga, wie nasty. Kann man machen auf jeden Fall. Ja. 3, 2, 1. 1, 2, 1, 3, 2, 3, 4. 2, 1, 2, 3, 4, 3, 5, 5, 5, 6, 6, 7, 7, 8, 8, 9, 8, 9, 9, 9, 9, 10, 9, 10, 9, 10, 10, 9, 10. Wie kann man so viel Film durchrattern? Ich bin einfach respektlos. Es ist ja so viel Film zu rattern. Hier ist die I Love Hitler Jacke. Was kostet der Spaß hier eigentlich? 1,8. 1,8. 2,8. Also doch so viel wie ich an einem Tag verdiene. Diese Jacke und das Auto. Kommt einfach. Ich hab nichts von beiden. Irgendwann. Lieber Auto oder Jacke? Auf jeden Fall Auto. Komm mal mit. Heute haben wir noch eine Playsie eingebaut. Wir kommen bei Pimp My Ride. Wir kommen bei Pimp My Ride. Ich weiß, Jason hat Videogames. Wir setzen dir eine neue Playstation 2 in deinem neuen Van. F*** im Whirlpool. Im Whirlpool im Kofferraum. Was hast du dabei? Komm, yo. Sind OGs? Ja, ja. Echt? AliExpress OGs. Alle sind OGs, Digga. Die gehen noch kaputt wenn du die trägst. Einmal, Digga, die brechen schon. Ich hab die schon gezeigt. Trägst du dich auch? Nee, gar nicht. Besser. Mach Geruchstest. Hast du schon getragen? Ja. Noch mehr Fake Heat. Crazy. Mein Handy, ist das auch gelaufen? Ja, mach das. Mach das auch. Kurzer Fit Check noch, was ich anhatte. Cactus Jack Nike Vester. Ranger Kartell Rose. Buffalo Boots. Tom Ford Brille. Leute, vielen Dank für das Zuschauen. Danke an Soli für die Einladung. Danke ans ganze Team. War ein mega cooler Tag. Hat mega Spaß gemacht. Checkt das neue Video von Soli ab. Bundeswehr. Yes Sir. Ihr wisst Bescheid. Gang. Gang.